Nein! Hä? Wieso dauert es lange? Ach, stimmt, ich hab letztes Mal im schweren Schwierigkeitsgerät gespielt. Oh, ach so. Ich wusste nicht, dass man hier länger Zeit hat. Festhaler. Das dürfte mich eine Menge an Energie gekostet haben. Naja, wir sind gleich gleich draußen. Puh! Hm, war ja klar. So. Ich hab schon mal schön hinten angreifen, die Viecher. Nein. Krieg's mich nicht einfach. Bei Trixer und allen anderen Fähigkeiten hab ich halt erst nur die erste. Weil ich ja die Stele noch nicht hochgepowert habe. So. Und ab in Rücken, komm schon. Nein! Wollte gar nicht daneben. Oh. Also ich find's krass, dass der zu nem dass der die zu nem Suizid zwingen kann. Obwohl ich glaube, dass der hinter mir immer noch da ist. Oder? Ach. Mensch. Ich stell mich an wie der Aste. Mensch. Jetzt. Ich will doch schön ein paar Style-Punkte. So. Yeah. Das wollte ich. Gut. Da hinten ist noch ein kleiner Stern. Den nehm ich doch gerne mit. Da wird Stern S. Und rausziehen. Rausziehen. Das war's. Ups. Hm. Bisschen kaputt. Man kann sich auch sofort bewegen. Das ist, äh. Ist echt stylisch am Anfang. Geht einem aber irgendwann echt auf mehr. Oder so. Na gut. Das ist nicht grad schnell. Ja. Ich leuchte. Ja. 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 Ach ja. Es wird Herbst. Die Blätter fallen. Und der Weg ist so lang. Hier gibt es eine Menge Schwung. Die Geschichte sagt, dass Sparta als der Feuertal in der Stadt schon lange vorhanden ist. Die Menschen, die dort leben, nehmen diese legenden als Wahrheit und ihn lieben. Just wie ein Gott. Sie lieben einen Dämonen als ein Gott? Die lieben Dämonen kann nicht werden. Aber das reale Problem ist die Ordnung. Lange haben sie vorhanden, fangen Dämonen und sogar auf einige meiner Arbeit. Vielleicht starten ein Zoo. Nicht nur Dämonen. Sie haben auch gebeten Dämonen. Wie die du hast. Okay, dann ein Museum. So, was? Was, wenn ihre Intention sind schuldig? Und es gibt ein Diabolischer Plan hinter diesen, die gewählte Änderungen? Ja, dann habe ich etwas für mich beschäftigt und... Trish! Hm. Heh. Dinge müssen immer kompliziert werden. Die Schwarzhaarige ist Lady. Ja, die heißt so. Es ist halt so. Na gut. Mission erfüllt. Immerhin. Speichern wir den ganzen Fortschritt mal. 4 Stunden 38. Na gut. Das Missionsmenü. Gut. Dann war es das mit Mission 12. Bis zum nächsten Mal.